Namaste, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Lina und möchte gerne dir heute eine kleine Atemübung anbieten, die ich sehr gerne mag, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen. Vielleicht, wenn man in so einer ungewohnten Situation ist, wie die meisten von uns aktuell, und viel zu Hause ist und man mit ganz vielen Dingen konfrontiert ist, die anders sind als sonst, dann ist es vielleicht manchmal ganz gut, den Kopf einfach ein bisschen frei zu kriegen, einen Moment ganz bei sich zu sein und mit sich in Ruhe zu spüren, dass vielleicht eigentlich alles gut ist. Und dazu praktizieren wir heute ein Pranayama, nämlich die Wechselatmung, auch Anu-Loma wie Loma genannt. Das kannst du machen, auch wenn du sonst mit Atemübungen noch nicht sehr vertraut bist. Du brauchst überhaupt nichts, außer einen bequemen, aufrechten Sitz und vielleicht eine freie Nase. Wenn also deine Nase vielleicht etwas verstopft ist, dann putz sie dir noch einmal. Und dann komm in eine gute Aufrichtung. Hol mal deine rechte Hand zu dir ran und streck den Daumen richtig weit weg. Deinen Zeige- und Mittelfinger klappst du ein. Und den Ring und den kleinen Finger, die bringst du zueinander, sodass das dann so aussieht. Deine linke Hand legst du bequem ab, entweder einfach so, wie sie eben liegen mag, oder auch gerne im Jin-Mutra, das ja die Konzentration fördert. Bring deinen rechten Daumen an dein rechtes Nasenloch und verschließe mal sanft mit dem Daumen das rechte Nasenloch. Teste, ob du dabei frei links ein- und ausatmen kannst. Wenn das beides gut klappt, verschließe jetzt mit Ring und kleinem Finger dein linkes Nasenloch und teste, ob du auf der rechten Seite frei ein- und ausatmen kannst. Wenn das beides gut klappt, wunderbar, wenn du möchtest, schüttel die Hand nochmal aus. Komm dann aber direkt wieder in diese Fingerposition. Wenn du möchtest, lass gerne die ganze Atemübung hindurch deine Augen geschlossen. Atme einmal tief ein- und aus. Noch einmal. Bring jetzt deinen Daumen zum rechten Nasenloch. Verschließe mit dem Daumen das rechte Nasenloch, atme links ein. Nach vollständiger Einatmung verschließe mit Ring und kleinem Finger links, öffne rechts und atme rechts aus. Nach vollständiger Ausatmung atme vollständig rechts ein. Verschließe dann rechts, öffne links, atme links aus. Atme links wieder vollständig ein, verschließe, öffne rechts, atme aus. Atme rechts wieder vollständig ein, verschließe, atme links aus. Atme links wieder vollständig ein, verschließe, atme rechts aus. Atme rechts wieder vollständig ein, verschließe, atme links aus. Atme links wieder ein, verschließe, atme rechts aus. Bleib dabei in deinem Rhythmus ganz konsequent. Etما ü wohlän, dass jag couldast, öffne links, öffne links, öffne links, öffne town, öffne rechts, öffne rechts. So kommt erzüglich dein Daumen, öffne links, öffne links, öffne rechts, öffne rechts, öffne links, öffne rechts mit picture-!, öffne links. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach so lange weiter, bis du das nächste Mal links vollständig ausgeatmet hast. Wenn dies der Fall ist, löse deine Hand, locker sie aus, leg beide Hände bequem ab und atme tief und frei ein und aus. Spüre nach. Spürst du irgendeinen Unterschied zu vorher? Wenn du die Augen geschlossen hattest, öffne sie jetzt wieder. Komm langsam von deiner inneren Wahrnehmung wieder in die Wahrnehmung des Äußeren zurück. Bring deine Hände vor dein Herz. Schenk dir ein inneres Lächeln und genieß den Tag, den Abend oder was jetzt auch als nächstes für dich ansteht. Namaste Deine Lina